Mein Name ist Christine Lucas und ich habe eine Amnesie. Heute Nacht, während ich schlafe, wird mein Gehirn alles löschen, was ich heute noch weiß. Ich habe Angst. Wer sind Sie? Ich bin dein Mann, Ben. Was? Du hattest einen Unfall. Hallo? Christine, hier ist Dr. Nash. Das wird Ihnen nichts sagen, aber wir haben an Ihrem Erinnerungsvermögen gearbeitet. Wir haben ein Video-Tagebuch geführt. Ich bin mir nicht sicher, ob Ben das weiß. Mein Name ist Christine Lucas und ich arbeite in Amnesie. Als man Sie vor zehn Jahren fand, hatten Sie schwere Kopfverletzungen. Wer wollte mich umbringen? Das weiß niemand. Was? Niemand außer Ihnen. Du verbirgst meine Vergangenheit vor mir. Um dich zu schützen. Wovor? Wie kann ich dir vertrauen? Hier geht es nicht nur um dich. Du darfst niemandem vertrauen. Ich muss mit Ihnen über Ben sprechen. Christine, es tut mir leid. Hände weg von meiner Frau. Du bist die Wahrheit! Ich sag dir die Wahrheit! Hallo, hier ist Dr. Nash. Ich bin dein Mann, Ben. Wir haben vor vierzehn Jahren geheißen. Ihre Fantasie führt in der Gegenwart Erinnerung auf. Du darfst niemandem vertrauen. Was auch immer in dieser Nacht geschehen ist. Ich muss mich daran erinnern.